Und wieder eine Promi-Trennung. Oliver und Amira Pocher haben bekannt gegeben, dass sie in Zukunft privat getrennte Wege gehen werden. Das beliebte Paar hat zwei gemeinsame Söhne und nun postet der fünffache Vater ein niedliches Video mit einem seiner kleinsten Söhne. Das Papasohn-Duo diskutiert fröhlich über die Probleme von Schneemann Olaf. Mit diesen süßen Aufnahmen sind die Trennungssorgen wohl für einen Augenblick vergessen.